Ich habe etwas zusammengestellt, dass das Thema auch so innere Ruhe hat, so eine innere Zufriedenheit und so eine gewisse Sensibilität und Bewusstsein für seinen Atem, für seinen inneren Raum entwickeln und einfach mal neugierig sein, was da in uns alles vorgeht, sozusagen. Wir werden mit dem Atem arbeiten, der Nasenspitze, der Punkt, dem Chakra zwischen den Augenbrauen, das Atna, unser drittes Auge, ein bisschen Symbol für die Intuition, für die Verbindung, was auch immer so um uns rum ist oder über uns oder in der Weite. Das kann, glaube ich, jeder für sich am besten entscheiden. Genau, fangen wir an. Suchen wir eine möglichst bequeme Position. Schließen die Augen mal, da können wir uns eigentlich besser wahrnehmen, was wie der Körper sich gerade anfühlt oder richten den Blick auf den Boden. So leicht vor uns. Ansonsten die Augen sanft schließen. Den Atem mal ganz natürlich wie einen ausfließen lassen. Die Wirbelsäule noch mal bewusst aufrichten. Das heißt, wie wenn uns jemand am Scheitel oben noch mal in die Länge zieht, ich eine aufrechte Sitzposition habe, aber doch mit möglichst wenig Aufwandssitz. Das heißt, entweder, vielleicht muss ich so ein bisschen mehr noch zurücknehmen, damit sich mein Oberkörper ein bisschen leichter anfühlt. Ich verankere die Körperteile, die mit dem Boden Kontakt haben. Gut mit dem Boden. Vielleicht die Füße, die Unterschenkel, je nachdem wie ich sitze oder auch wenn ich liege. Ich habe mehr Kontakt zum Boden und nehme diesen Kontakt mal bewusst wahr. Gehen wir mit der Aufmerksamkeit vom Kopf, von dieser Krone auf unserem Kopf, bewusst einmal durch den Körper durch, bis zu den Sitzbeinhöckern. So in die Beckenregion. Und wandere dort ein paar Mal wie von den Sitzbeinhöckern der Beckenregion auf und ab und versuche so innerlich die Spannung ein bisschen mehr loszulassen, wenn ich eine entdecke. Eine Lockerheit in meine Sitzposition, in meine Liegeposition reinzubringen. Und nicht vergessen, dass ich gleichmäßig ein- und ausatme. Das Gesicht entspannen. Augen, Mund, Zunge, der Kiefer leicht geöffnet ist. Der Kopf, die Stirn, so vom Gefühl her, von der Stirn, so ein bisschen nach hinten rück. Das ist wie sich mein Kopf innerlich absenkt. Dass ich oben ganz leicht bin. Leichter Kopf, leichter Oberkörper. Und das Becken, die Beine, schwer und gut mit der Erde verbunden sind. Die Schulterblätter nach unten fließen lassen. Eine Schwere auf meine Schultern spüre, die sie weit nach unten schiebt. Bei jedem Einatmen. So eine Breite und eine Weite in mir drin spüre. Breiten Raum, der sich ausfüllt. Vom Kopf über den Hals, die Brust, die Brustwirbelsäule hinten, den Bauchraum. Bis runter ins Becken. Dass ich viel Platz fürs Atmen habe. Dass mein Atem so frei und leicht, so ganz einfach läuft. Dass ich wie so die Luft innerlich fallen lassen kann. Ich kann sie wie oben einfangen. Und wie nach unten fallen lassen, durch den großen, weiten Raum. Ich leg die Aufmerksamkeit so mal ins Zentrum von meinem Bauchraum. So in dem Bauchnabelgegend. Etwas versetzt hinter dem Bauchnabel. Und schau wie von innen zu, wenn ich einatme, dass sich die Bauchdecke der Bauchnabel nach außen schiebt. Der Raum größer wird. Und wenn ich ausatme, der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule leicht zieht, die Bauchdecke nach innen sich wölbt. Ganz gleichmäßig, ein und aus. Dass ich auf dieser inneren Linie wieder nach oben wandere. Über das Brustbein. Den Hals, so den hinteren Teil von meinem Gaumen. Bis nach oben, bis nach oben, den Punkt zwischen meinen Augenbrauen. Dass ich wie die Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen meinen Augenbrauen für leite. Und von dort, wie ich mich anschaue, beobachte. Wie mein ganzer Körper atmet. Beim nächsten Ausatmen schicke ich die Luft bewusst von diesem Punkt zwischen den beiden Augenbrauen durch den Körper, auf dieser Mittellinie. Nach unten, über das Brustbein, das Zentrum im Bauch, bis ins Becken. Und vielleicht sogar bis in die Füße. Oder die Knie, die Kontakt mit dem Boden haben. Atme ein und schicke die Luft wieder auf dem gleichen Weg. Durch den großen, weiten Raum, den Körper nach innen. Nach oben. Bis zum Punkt zwischen meinen Augenbrauen. Nimm so wahr, wie der ganze Körper präsent und wach hier im Raum ist, von alleine atmet. Und dann schauen, ob ich die Länge der Einatmung gleich lang habe, wie die Länge meiner Ausatmung. Und versuche, dass ich bewusst die gleichen Zeiten die Länge zu meiner Ausatmung gebe. Wenn ich einatme, vielleicht so die kühle Luft wahrnehme, die sich dann im Körper ausbreitet. Und beim Ausatmen die etwas wärmere Luft wahrnehme. die ich wieder nach außen in den Raum abgebe. Denke meine Aufmerksamkeit bewusst mal zur Nasenspitze. Wenn du den ersten Kontakt von der Luft zur Nasenspitze und mit der Luft dann durch die zwei Nasengänge nach oben wandern bis zum Punkt zwischen unseren Augenbrauen. und von dort wieder, wie in so einem Tunnel in der Röhre, nach unten Richtung Nasenspitze wieder ausatmen. Beim Einatmen durch die Nase hoch bis zum Punkt zwischen meinen Augenbrauen. Und beim Ausatmen den gleichen Weg zurück zur Nasenspitze. Einmal die Rutsche wie nach oben klettern muss zwischen dem Punkt bei meinen Augenbrauen. Beim dritten Auge beim Atmen. Beim Ausatmen die Rutsche voller Energie wieder nach unten fahren kann zu meiner Nasenspitze. Wenn mir das Bild von so einer Rutsche passt, kann ich das lassen, kann ich es behalten. Oder auch sonst bei jedem Einatmen denken, dass ich viel Energie mit der neuen Luft aufnehme, die über die Nasenspitze, die beiden Nasenflügel nach oben in meinen Körper eindringt, sich breit und weit ausweitet. Und ich wie von meinem dritten Auge oben wieder nach außen aus, ab in die Rutsche nach unten fahre. Wenn meine Gedanken jetzt vielleicht abgeschweift sind. Dann nehme ich das einfach bewusst wahr. Stell so die Gedanken wie auf einem Regal oder auf einem Parkplatz ab. und komme dann wieder zurück mit der Aufmerksamkeit zum Atemfluss zwischen Nasenspitze und dem Zentrum zwischen meinen Augen. Verlagere meine Aufmerksamkeit nur auf den Punkt ins Zentrum zwischen meinen Augenbrauen und gehe so leicht zurück ins Innere von meinem Kopf. Immer wenn ich einatme, atme ich durch diesen Punkt dieses dritte Auge ein, schicke die Luft so in die Breite, in den weiten Raum, wo vielleicht das ganze Gehirn hinten Platz hat. Und schicke die Luft dort in jede Ecke beim Einatmen. Und atme durch mein drittes Auge wieder aus. Lasse meine Aufmerksamkeit, vielleicht dort oben im Kopfraum, aber auf meinem Atem, die ganzen Empfindungen, die ich mit meinem Atem wahrnehme. So wie mein Körper, ein bisschen absuche, die Ecken, den Raum, so die letzte Tür öffne, wo die Luft noch rein soll. Und das ist wie in diesem großen, weiten Raum, der ganz viel Platz hat. Ganz hier mit drin noch ganz viel Stille, der Atem so sanft ein- und ausfließt. Der ganze Körper atmet und wie der ganze Körper meditiert. In den nächsten Momenten der Stille von einem Gongschlag bis zum nächsten. Ab Land Chris N ganzen kingdoms 0 1 0 0 D Vielen Dank. 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 Vielen Dank.